Oh ja, Fuse-Einstieg, oben beim Großraumbüro, aber erst einmal hallo daseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Bitte nicht Empfang und Klavierraum und auch nicht... Du wolltest was sagen? Keller und Archiv. Wir sind doch in der Lobby, oder? Ja, das ist ja Empfang. Ja, da wollte er ja nicht gerade. Achso! Irgendwie wird in letzter Zeit als Verteidiger immer Empfang Klavier gespielt oder Keller Archiv. Ich weiß nicht, bei Ubisoft. Die Gegner spielen immer im Konsulatbüro. Frau Frost freut sich jetzt schon zweifach. Nee, ich freu mich nicht. Bist du auch kein echter Frost-Spieler? Oder auch nicht. Doch, erfinde die Matten bloß. Sehr, sehr gerne. Kapkan-Spieler, ich gebe es zu, aber ich... Manchmal, naja. Findest deine eigenen Kapkan-Minen? Nicht wieder. Die Bomben sichern. In die Ecke da vielleicht, am gelben Ping. Ja, zwischendurch. Ja, zwischendurch. Was, zwischendurch? Das ist nicht gut. Ja. Ich höre, komm, wir müssen zerstört, oder? Gut. Ja, komm, geh. Ich würde eine Matte in die gelben Ecken da legen. Am besten da, in die gelbe Ecke. Die Gegner haben eine Bombe lokomisiert. Auf heistliche Aktionen vorbereiten. Du dem Auge beheizt. Und vielleicht eine hier. Was? Hier im gelben Ping hinterm Klavier. Die Gegner haben eine Bombe lokomisiert. Hier ist nämlich schwarzer Boden. Ah, Feuer. Frei. Mist, die Matte steht nicht. Der Schlitt steht nicht genau an der Tür. Das erinnert sich ja bereits. Ich lasse dein Fenster rumklimpert. Klimper, limper. Nein, ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Offen, oder was? Ist er drin? Nee, nee. Der hat sicher ein kleines Loch. Oh, ey. Guck mal. Spät drauf reagiert. Oben sind sie. Capitau haben sie. Oh. Und Sledge. Vielleicht haben sie auch noch Füße. Komm von oben. Okay, guckt auf mich hin. Also Echo. Nein. Ach, zu spät geschossen. Genau da. Das war Capitau. Nein, nicht doch. Nicht die Granate dahin werfen. Der Typ hat den mobilen Schild stehen lassen. Der hat überhaupt nichts gebacken bekommen. Der hat aber die Granate... Äh, die Matte... Ja, aber ich jetzt mal seine Intention war. Mobiler Schild zerstören. Jetzt ist der kaputt. Ja, der kaputt gehen muss. Ist auch ein Quatsch. Mit einem Hammer so ein... ...massives Metallteils zerstören. Naja. Ein Gegner verbleibt. Na, wobei das Ding ist auch bloß aufgestellt. Muss man bloß umschubsen. Ich gucke im Klavierraum, ob da jemand reinkommt. Klavierraum bin ich. Guck in der Ecke. Eigener Trupp Siegreich. Alle Gegner eliminiert. Und der eine hat sogar Teamschaden. Es gab sogar eine Team-Eliminierung. Achso. Mhm. Ein Blau hat einen Blau umgebracht. Das Ding hat er in der Booten. Aber hey, wenn Maverick mit seinem Schweißbrenner den mobilen Schild zerstören kann, dann kann es Hammermann erst recht. Das wäre ein Witz, wenn es genau andersrum wäre. Maverick kann, aber Hammermann nicht. Das ist aber nicht anders. Hammer sind immer massiver. Viel cooler. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Heck. Ach. Was machen die? Die Gegner denn? Ich gucke schon mal sauber. Ich gucke Konsulbüro. Konsulabüro. Ich habe Ella und sie in unserer Garage. Nehmt damit. Die Drohne hat eine Bombe gefunden. Kollision. Na, wir haben einen. Oh, das war Pult, den sie ungeruchten haben. Das ist gut. Oh, Jäger, Militär Outfit. Ach, wer guckt denn da auf den Schrank? Noch zehn Sekunden. Dumme Kinder. Noch fünf Sekunden. Guck mal, ich bin jetzt umgedreht. Drohne in der Leichtgeschichte. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Ist der mit einem Fenster oder ballastet werden wir noch so? Entschärfer wurde zurückgeholt. Polizion ist leer! Polizion ist leer! Yes. Termin muss aufmachen. Ja, läuft schon. Macht das auf? Ja, läuft. Holzfenster oben auf. Vorsicht, Gerber Ping. Lade Magazin nach. Ich glaube noch, mir hätte gerade was hochgeschmissen. Macht der denn? Ja, oben am Fenster klebt's. Zeit hat er neu. Derjenige, der rausspringt, fällt eh verletzt um. Ich plätze meine Drohne mal auf dem Auto. Ob die recht runterfällt. Da ist auch niemand rechts in der Ecke. Auf der Treppe ist er da. Treppe ist er da. Nein, ich fahre wieder runter. Kacke. Lesion jetzt in der Ecke rechts neben dem Van. Scheiße, ich komme da nicht hoch. Abnehmen. Gut. Ja, toll. Doc hat mich. Böne Scheiße. Ich habe ihn entschärfen. Ich? Geht's rein. Halt. Deswegen war es gut, dass ich ihn abgegeben habe. Doc habe ich angeschossen. Hier ist offen. Hier ist eine Luke, ein Loch. Ach, ich habe Jäger angeschossen. Gelber Ping ist ein Loch. Gelber Ping ist ein Loch. Ich habe ihn entschärfen. Nein, ich habe da gegner. Ich habe keinen entschärfen. Mann, ich habe doch so viel reingehauen. Da hat er wohl zu sterben. Wir müssen erst mal 90 Grad Drehungen machen. Das ist voll langsam. Ich habe es heute auch mit Frost versucht. Einmal rumdrehen. 118 ist doch nicht. Ach nee, Keller. Das ist Spiel. Das ist Keller und Archiv. Ich will ja im Konsulbüro sein, oder? Ja. Mehr geht ja oben nicht. Ja, aber wir sind ja nicht bei Haus. Zwei rote Dreiecke. Wehe, die haben Twitch. Ich mache mal die Luke beim Automateneingang zu. Ich mache die Luke beim Automateneingang zu. Ich mache die da jetzt zu. Ich habe die Luke aufgemacht. Hups. Erstmal vorgebohrt mit dem Schießeisen. nicht. Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Zierfina, kannst du Polizei, also hier im Haupteingang, Kamera gucken? Wir wollen ja nicht spielen lassen. Ist immer der gleiche, der stirbt? Nein. Hörst du? Aus der Kammer ist ein Auto im Arsch. So, mal gucken. Da müssen mal mindestens vier Cupcoming gefunden werden. Ich bleib mal mit unten. Wir sind hier bloß zu zweit. Gut, da sind drei Minen. Luke hier offen. Gelber Ping. Ist hier jemand unten drin? Serverraum. In dem Gang davor mit dem Gitternetz. Jackal. Jackal ist tot. Unten Serverraum. Refusor on Ping. Hammermann rot markiert. Kam... Ja. Jetzt geht er raus. Da ist noch jemand, glaube ich. Am roten Ping ist noch jemand. Hammermann ist rausgerannt. Zum Fensterautomat, glaube ich. Oben, gell? Nee, unten. Nein, da ist er. Kack. Sag doch, an welcher Seite. Fensterautomat. Da war er auch. Da sind zwei Fensterautomaten. Nee. So? Neben dem Automat. Ja, das ist gegenüber. Das ist doch nicht neben dem Automat. Ja, das zählt für mich mit zum Automat. Das ist aber nicht in dem Raum vom Automat. Das ist ein Raum für mich. Du Automatennase. Wer oben? Ja, Smoke ist oben. Also ganz oben. Nein, der ist immer noch Automat. Ah, an der Luke. Serafina an der Luke. In dem kleinen Raum da. An der Wendeltreppe. Ja, ich hab's gemerkt. Da unten, oder? Ja, ja, der ist unten. Das hat aber keine Kamera im Raum. Ein Operator des eigenen Trucks verbleibt. Scheiße, los komm, Valkyrie. Das machst du. Oder der andere Blaue darf nochmal sterben, wenn es jetzt noch weiter geht. Das überlebt er nicht. Immer noch die Pistole. So, jetzt wieder beim Empfang. Drei Rote Drei geschonnen. Als nächstes ist der Phantom dran. Phantom bringt nah um. Oder umgekehrt. Das leben ja noch alle. Wer weiß wie lange. Phantom bringt nah um. Glück hab ich nicht mit dir gewettet, ey. Mira ist da. Ja, die sind Keller und Archiv, glaub ich. Was? Guck. Die standen alle beim Automaten auf der Ebene. Ja, guck. Keller und Archiv. Ich war doch in dem Raum. Vier Rote Dreiecke. Der lässt es aber auch mit sich machen. Wenn es jetzt 2-2 steht, dann haben sie ein Problem, die Gegner. Dann müssen sie ihn neben lassen. Oder einer geht raus. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Ey, bist du schon drin? Hm, ist nicht gut. Gibt labbrauch nicht auf. Ey. Hauptsammonschein hat nicht. Magazin wechselt. Ah, Balkon oben ist jemand. Vigil oben, Balkon. Haben leider nicht mehr getroffen. Ach so, Luca auf. Bombenentschärfung eingeleitet. Entschärfer beschützen. Hapen. Wartrufschieße. Nomad Kram hat gezündet. Letzter verbleibender Gegner. Brechen! Da kommt es an, Ella. Keller. Gegner eliminiert. Eigener Druckerfolg. War schneller. Hechtsprung. Für mich ist er wohl zusammengeklappt. Ich hätte wirklich gerne gesehen, was wäre in Runde 5 gewesen. Hätten die den trotzdem umgebracht? Ach man, wir hätten nicht gewinnen sollen. Sondern erst in der 5. Runde. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss. Oh. Oh. I.